Wir reden natürlich mal wieder über Corona. Das Problem beschäftigt Deutschland mehr, als wir uns das, glaube ich, gedacht hätten von einem Jahr. Beim VfB würde ich sagen, es ist die dritte Welle. Los ging es mit Philipp Klement, der sich ja vor dem Wolfsburg-Spiel positiv abgemeldet hat. Und jetzt über die Feiertage kam Konstantinus Mafropanus hinzu. Der wurde in Griechenland positiv getestet, durfte dann erstmal nicht ausreisen. Inzwischen ist er wieder in Stuttgart, hat sogar schon Laufeinheiten mit der Mannschaft absolvieren können. Genau, kann ich sagen, er trainiert, ja. Genau, und wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, bei der Pressekonferenz versucht man ihn jetzt langsam aufzubauen. Und er ist dann theoretisch auch ein Kaderkandidat im besten Fall für das Spiel gegen Fürth am kommenden Samstag. Hast du auch so verstanden? Das klang so, ja. Ja, also dann kommen wir jetzt mal zu den Spielern, wo es nicht ganz so gut aussieht. Allem voran Matteo Klimowicz, der sitzt in Argentinien fest. Auch er wurde im Urlaub positiv getestet, darf nicht ausreisen. Ist bislang auch noch nicht in Stuttgart gesichtet worden und auch noch nicht zurück, muss man sagen. Das heißt, er muss noch warten, wahrscheinlich bis der PCR-Test negativ ausfällt. Darf dann zurück nach Stuttgart, wird dann auch erst wieder trainieren können. Das heißt, gegen Fürth wird er definitiv nicht dabei sein. Im besten Fall dann gegen Leipzig. Ja, aber es klingt nach einer längeren Geschichte. Also wenn er erst wirklich aus Argentinien noch herkommen muss, dann erstmal wieder trainieren. Und er sowieso kein Stamm-Elf-Kandidat war, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich sag mal so, von allen Spielern, die jetzt momentan Corona haben, ist es bei Matteo Klimowicz, also für ihn selber tut es mir wahnsinnig leid. Und ich hoffe natürlich, dass er möglichst glimpflich durchkommt. Genau, es geht für alle Spieler. Absolut. Gute Besserung. Gute Besserung. Aber es ist jetzt nicht so, dass Klimowicz sozusagen jetzt das Spiel des VfB Stuttgart in die eine oder andere Richtung entscheidet. Was natürlich mit rein spielt. Man kann ja jetzt auch über die nächsten drei, die wir aufzählen, sagen, dass die jetzt auch noch keine Startelf-Kandidaten gewesen wären. Also wir machen es mal voll. PCR-positiv wurde auch noch Silas Katompa im Wumpa getestet. Naui Ahamada und Waid Fagir. Das waren jetzt zuletzt alles keine Startelf-Kandidaten. Bei Silas hat es natürlich die bekannten Gründe mit der Kreuzband-Geschichte. Aber die anderen beiden sind jetzt keine Startelf-Kandidaten, nur trotzdem sind es halt Optionen. Das darf man nicht vergessen. Also gerade in der Offensive ist es mir lieber, ich habe einen Waid Fagir auf der Bank sitzen, als, ich weiß nicht, einen Abwehrspieler. Jetzt ist es einfach sinnvoller, dann, wie gesagt, diese Optionen zu haben. Ja, gerade wenn halt mit Klimowicz, Silas und Fagir gleich drei Offensive ausfallen, wo wir eh große Probleme haben in dem Bereich. Absolut. Und das ist eigentlich das, was dem VfB jetzt auch wieder zu schaffen macht. Du hast in der Offensive nicht die Auswahl, die du gern hättest. Wir haben uns ja schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass der Silas vielleicht zurückkommt, jetzt schon Startelf-Kandidat ist und so langsam Schritte macht. Ich sage mal, zu einer vergleichbaren Form, die er vielleicht in der zweiten Liga hatte. Also die aus der vergangenen Saison, ich glaube, da müssen wir noch eine Weile drauf warten. Ja. Aber einfach die Leistung, die er in der zweiten Liga gebracht hat, manchmal ein bisschen wild, aber dafür trotzdem mit einem guten Zug zum Tor, hohes Tempo, gute Dribblings, einfach immer Gefahr ausstrahlend. Das geht ihm ja jetzt noch so ein bisschen ab. Völlig nachvollziehbar. Man muss einfach mal sehen, der war lange raus, ist vielleicht sogar einen Tick früher zurückgekommen, als man das eigentlich vorhatte. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man dann schon damit gerechnet hat, nach dem Main-Spiel dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion. Dem Jungen wollen wir aber noch diesen Moment schenken. Das ist eine Spekulation meinerseits. Aber wie gesagt, ich habe schon so ein Stück weit darauf gehofft, dass Silas jetzt so langsam wieder an die alten Tage anknüpfen kann. Jetzt wirft ihm natürlich dieser positive PCR-Test nochmal aus der Spur. Ja, und ich finde, du hast halt noch merkt, er hat halt mittlerweile eine gewisse Aura entwickelt durch die erfolgreiche letzte Saison. Und wenn Silas eingewechselt wird, dann haben die Gegner erstmal schon ein bisschen Angst und Ehrfurcht und lassen ihn nicht so frei stehen, weil sie genau wissen, hey, der kann durchstarten. Und allein das hilft dem VfB ja schon weiter. Und dass er jetzt ausfällt, ist dann nicht nur für ihn schade, sondern auch für den VfB. Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, müsste der VfB jetzt vielleicht anders mit diesen Corona-Fällen umgehen? Oder anders ausgedrückt, du hast ja jetzt das Problem, dass diese Corona-Fälle sich bei allen Bundesligisten häufen werden. Wir sehen es gerade aktuell bei den Bayern, da sind glaube ich neun Spieler positiv getestet worden. Also da fallen ganz viele weg. Du siehst das in England, da werden Spiele abgesagt oder ja, Mannschaften müssen plötzlich mit Spielern antreten. Von denen haben wir noch nie was gehört und die spielen dann plötzlich für Liverpool, Man City oder sonst irgendwie, weiß ich nicht, Arsenal oder so. Also es ist halt die Frage, wie geht man jetzt damit um? Sagt man, wir warten jetzt nochmal zwei, drei Wochen, verschieben sozusagen den Rückrundenstart, also von der DFL aus. Das wird aber nicht passieren, da bin ich mir sicher. Und der VfB auf der anderen Seite, der hat eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie um eine Spielverlegung zu bitten, weil die Statuten der Spielordnung der DFL sind ja eindeutig, Sebastian. Ich glaube 16 Spieler können es sein und Verletzte werden mit reingezählt. Ja, nee, eben nicht. Also Gesperrte und Verletzte gelten nicht als zur Verfügung stehend. Genau. Okay. Moment. Gelten als zur Verfügung stehend. Sie gelten als zur Verfügung stehend. Also ein Siedlers mit positiven PCR-Tests steht nicht zur Verfügung, aber ein Siedlers mit Kreuzbandriss steht theoretisch zur Verfügung. Oder mit roter Karte. Genau. Aber das ist ja ganz gut, dass die Bayern jetzt dann morgen quasi einen Auftakt machen und wenn die es nicht schaffen, ein Spiel zu verlegen mit so vielen Corona-Patienten, dann wird es keine andere Mannschaft schaffen. Ja, die Einschränkung mit den 16 Akteuren ist noch, es müssen mindestens neun Lizenzspieler dabei sein und darunter natürlich dann auch noch ein Torwart. Also das wäre auch nicht schlecht. Das macht Sinn, ja. Ja, und ich glaube, das kriegen die Bayern auch noch zusammen. Ja. Deswegen könnte man jetzt sagen, gut, das ist halt ihr Problem, wenn sie dann mit der zweiten Mannschaft sozusagen antreten müssen, dafür aber immer noch, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, genügend Qualität sozusagen in den Kader packen können. Also es ist jetzt nicht so... Ja, bei nullreichem Tor, also andere Vereine lächeln sich die Finger, decken sich die Finger danach. Welche denn? Weiß ich nicht. Das sind dann wahrscheinlich Vereine, weiß ich nicht, auf den Malediven, die der Neuer gerade ausspioniert für seinen Konkurrenten. Ja, also ich stehe mir halt die Frage, wie wir jetzt damit umgehen in Deutschland, denn es drohen halt dann auch Spielabsagen, wie wir das jetzt in England gesehen haben. Es wird dann irgendwann mal Mannschaften betreffen, ja, dass sie nicht genügend Spieler zusammenbekommen und ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen gestaltet. Das einzig Positive, muss man ja sagen, bei Omikron ist, dass grundsätzlich die Fallschwere offensichtlich, ja, deutlich geringer ausfällt, als es zuvor bei Delta, Gamma, Beta und Alpha der Fall war. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir bei Omikron dann auch die letzte Variante hier durchleben und nicht die nächste schon wartet, die dann nochmal alles verändert. Genau, morgen ist ja wieder die berühmt-berüchtigte Bundesministerkonferenz und ich glaube, da werden dann auch wieder neue Sachen beschlossen, die meiner Meinung nach dann auch darauf abzielen, dass es halt nicht so schwere Fehler hat und dass es aber viel mehr Leute betrifft. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass dann zum Beispiel Kontaktpersonen, die dreifach geimpft sind, gar nicht mehr in Quarantäne müssen, dass Quarantäne verkürzt wird, gerade für systemkritische Berufe, wie systemkritisch jetzt ein Profifußballer ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen und muss es gehen, sonst wird es ja nicht funktionieren. Also zum Beispiel so ein Orel Mangala oder Vata Rue Endo, finde ich schon systemkritisch. VfB-Systemrelevant, auf jeden Fall, ja. Ja, sehe ich schon so. Einen Spieler möchte ich noch ganz kurz detailliert mit dir besprechen und zwar Waid Fagir. Das hat mich ein bisschen gewundert in der kurzen Pause, nennen wir es mal Weihnachtspause, gab es eine Meldung von der Bild-Zeitung, Felix Arnold, der behauptet hat, Waid Fagir würde ungenügend trainieren, beziehungsweise die Trainingsleistungen wären ungenügend. Und das hat mich sehr irritiert, weil, das wurde dann relativ schnell auch auf Twitter so kommuniziert, eigentlich haben sich Materazzo, Missentat, sogar Mitspieler, immer sehr positiv über Waid Fagir geäußert und gesagt, ja, der hat das angenommen, der nimmt die Ratschläge dann auch an, es ging ja dann um Ernährung und er, ich würde nicht sagen, er war fett. Das haben schon Leute gesagt, aber man muss ja vorweg schicken, er kommt von Velje BK, das ist für ihn hier eine komplett neue Welt, in der Bundesliga zu spielen, wahrscheinlich auch ein komplett neues Trainingspensum, eine komplett neue Trainingsintensität und das dann so ein junger Mann ein paar Wochen, Monate vielleicht braucht, das anzunehmen und sich darauf einzustellen, ist ja völlig normal. Fällt dir an mir übrigens was auf? Du hast ein neues T-Shirt? Ja, und ich habe abgenommen. Apropos neues T-Shirt, das machen wir nachher. Ich habe extrem abgenommen, also das heißt, wenn Waid Fagir Tipps braucht, bei mir ist er an der richtigen Stelle, Waid. 20 Kilo in drei Monaten oder so. Mal sehen, wie nachhaltig das ist, aber ich sage mal, für die Rückrunde würde es reichen. Ich denke mal, der Ratschläge klingelt bald bei dir durch. Telefonomate? Ja. Nicht. Okay, also ich will eigentlich noch Folgendes hier kurz ansprechen. Ich glaube, das ist halt kompletter Unsinn, der da in der Bild-Zeitung steht und das ist halt sehr gefährlich. Also der Spieler ist eh schon so ein Stück weit in der Kritik, weil er nicht ganz, sage ich mal, die Leistung bringt, die man sich vielleicht erhofft hat, auch ich, sage ich ganz ehrlich. Also die, die auch mit der Ablösesumme, die für ihn geflossen ist, einfach einhergeht. Das ist nun mal so. Aber wir haben, glaube ich, damals relativ offen darüber gesprochen, dass unser Traum-Szenario eigentlich wäre, dass Waid Fagir in der Hinserie vielleicht ein paar Einsätze bekommt und dann auf die Saison gesehen ein, zwei, drei Tore schießt. Jetzt sind wir bei einem Tor, ein paar Einsätze. Also ich würde jetzt nicht sagen, das wäre ein Flop oder so. Absolut nicht, nein. Aber natürlich hat man dann andere Maßstäbe an Spielern, der für viereinhalb Millionen gekommen ist, als an einen Alexis TBD, der von U19 hochgezogen wird. Ja, aber mit solcher Berichterstattung befeuerst du natürlich den Unmut diverser Fans. Das ist das, was mich so nervt. Ich sehe dann halt diesen Bericht, merke das bei mir, das löst sofort was aus. Ich denke mir, hey, das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Du kommst ja als Moppel an und dann ziehst du hier nicht durch, oder was? Das ist deine Chance, die du dir jetzt über harte Arbeit sozusagen erarbeitet hast und nutzt die jetzt nicht, weil du im Training irgendwie nicht das abrufst, was von dir erwartet wird. Das kann doch nicht sein. Und ich bin froh gewesen, dass mir dann auf Twitter auch jemand gleich ein Video zugeschickt hat, einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz, wo Matarazzo sich positiv über Fagier äußert und sagt, nee, der macht alles eigentlich so, wie ich es von ihm möchte. Er trainiert vorbildlich. Sven Misslenthal hat auch nochmal lobende Worte übrig gehabt für Waid. Fagier hat gesagt, wir verfolgen mit ihm, wie auch mit anderen jungen Spielern, einen Mehrjahresplan. Waid zeigt eine hohe Lernbereitschaft und eine gute Trainingsmentalität. Das ist natürlich enorm wichtig, dass er da mehr oder weniger dieser schlechten Presse gleich entgegenwirkt. Gut, dass Misslenthal den geholt hat. Erstmal eher positiv über ihn redet, ist auch verständlich. Aber er kann schon auch... Er könnte auch Kritik äußern, also dezente. Also wenn es Probleme gäbe, bin ich mir sicher, würde er das so nicht ausdrücken. Du weißt, Misslenthal ist im Wortuose, wenn es diese Bezeichnung gibt. Misslenthal ist hier, jetzt kann ich es mal zeigen, also hier oben, die Bild ist da unten und Fagier ist irgendwo in der Mitte.